jo leute und damit willkommen zurück zu super mario bei dem flash mit centus dem sternen fänger wieder auf der stern road der jetzt raus geht noch was anderes oder eher gesagt joshi ist ja auch weg dann naja joshi ist dann auch weg wenn wir speichern level bringt eh nix ja das ist das war blöd früher auf jeden fall aber ich muss trotzdem groß sein um dahinten hinzukommen weil dann reicht das ja eigentlich wenn ich nur dieses mache ja weil mir ist nämlich was eingefallen und zwar konntest du in den geisterhaus hinten hochfliegen am ende am ende rüberfliegen über das ziel und dahinter war was hinter beim jetzt so dass du gemacht hast du ja es kann sein ja nicht das meine ich jetzt nicht dass du da vorhin gemacht hat sondern das erste sicherlich nicht jetzt sterben müssen einfach ja hätte ich klar noch so machen das ist nicht mehr gedreht weil ich das nicht wollte weg ist dieser wichser nicht nach was kannst du nicht sagen doch kann ich bitte´s ja was siehst du ja 뭐야 nein also der der nicht diesmal nicht er kommt dazwischen mal wieder zwei stunden pause ich bringe auch mit einem elektronik nicht nur die schade das ist das problem ehrlich klar krieg ich jetzt noch eine fehler da hast du es gesehen ja das war jetzt aber der letzte feder glaube ich glaube ich dein letzte feder die kommst du nur dran wenn du hochläuft nicht wirklich ja noch auf anderen seite wieder runter geht und so genau das sehen wir noch eine fehler und das auch nicht eine neue hat sich geschafft du weißt jetzt bestimmt hier bei dem hier nein bei dem noch nicht im ersten das was ich da gemacht hatte war das zweite da soll noch was sein und da kommst du auch noch weiter ich weiß hast du gesehen auf der map dafür ist die map ganz gut also gucken kannst du was da war doch nichts mehr beim ersten doch nach oben hin ach den da oben meinst du der kurz vor dem was er da ist noch was klar ja und das ist ja das erste geister haus das donut geister haus und dafür brauchte ich jetzt auch fliegen ich hoffe eh nicht dadurch ja das war ja das hier wieder ne wo du dann nochmal durch musstest das war der cheater trick dieser kleine ehrgarten irgendwie ach hau ab du scheiß geist boah ey das geht aber gar nicht normalerweise muss man da rüber fliegen können sicher oder war das am anfang bei dem level das kann noch anfangen gewesen sein weiß es nicht zumindest wenn du es schaffst ja ich weiß ja mach ich jetzt das oder das komm ich mach das nochmal hier muss aufhören das noch gehen ja komm wir brauchen nicht andauernd in der gestärte zu kriegen nur weil du nicht drücken willst klar ja fester geist jetzt komm intelligent wo ist sie geblieben du nein nein du 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 ist er vergeigster da war es hier siehst du da war es bloß hättest du nicht mehr fliegen sonst bist du Matsch ja bin da eben oben fest ich würde einfach das ding reingehen auch wenn da leben gibt das ist das andere ziel das ist schon ein anderes ziel glaube ich siehst du ja aber da gibt es noch ein zweites das weiß ich das das ist schon das zweite ziel jetzt dass es nach oben geht oder ja ja geht doch nein zum bein war das auf jeden fall komm ich mach hier nochmal weiter diese hässlichen geister nerven ne das wäre sowieso super nervig die minuten haben wir jetzt es ist so knapp jemals aber ich bin der mann und da gab es auch 1 2 direkt drüber konnte es nur das ziel weil ich er mich einfach kann auch sein und dann heißt das gleich alle zum rennen fertig machen jo und dann von peace suchten wieder ist klar ich bin jetzt bei folge 80 nein tschüss jetzt bin ich nämlich bei folge 80 war das nicht tor 1 dadurch 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 sicher ja du bist eben tor 1 durch da gibt es nämlich 2 immer ja kann sein bei den geisterhäusern gibt es eigentlich zwei stück kannst du manchmal auf der karte gucken du leckst auch so ein bisschen ja das kann möglich sein da ich noch unten internet zu haben aufnahme und handy jetzt über wlan safe save so top secret area ja viel spaß die top 6 such dir aus was hallo joshi hallo wie geht es dir nimm die bein vor allem du weißt dass wir uns da ganz leicht das holen können und trotzdem weiter spielen können richtig in zu wozu und nicht wir können jetzt noch versuchen jetzt noch ein bisschen weiter zu kommen weil ich meine ich muss jetzt über zum säevin das speichert das speichert der das wusste ja nicht weil das hat das ja schon hat es das gespielt ja so weit doch gar nicht das war was ist das für ein komisches wo sie das jetzt verstehen ich habe auch nicht da um gespielt so weit habe ich nicht gespielt ich bin darüber geflogen ach ja auch ich erinnere mich ja genau und da bin ich nämlich abgekackt ja da bist du da habe ich ja gesagt wenn du gleich weiter fliegt stirbst du ja stimmt ja aber dass du den safe noch bekommen ist auch irgendwie komisch ne boh springt ab und hau auf dass du einfach joshi weg nein ich will nicht weglassen diesen grund ja auch du erst da konnte man nämlich auch noch rein ich hab auch nur wegen die münzen hier wird sie nicht klar sicherlich ich hätte auch abspringen können aber habe ich irgendwie nicht gemacht gerade das level noch gekriegt ja da mache ich gleich nicht weiter im wasser level ich mache jetzt du machst uns das erste geister level wir haben jetzt zwölf minuten ich bin überlegen einfach das hier nochmal zu machen das ging eigentlich auch ganz gut da muss ich nämlich nicht so weit zurück ja stimmt auch wieder das geht eigentlich weil die sache ist ja das ist zu weit gewesen ja der ist nervig der ist so scheiß passiert ja dann gehe ich jetzt kurz speichern dann werden wir auf die aufnahme ja zwölf minuten ist ganz okay außer das geisterhaus da oben das hat keinen zweiten ja ich weiß habe ich auch gemacht aber irgendwie hat er mit zur seite gedrückt welchen und darum ja klar oder zwei federn ist eigentlich mir immer lieber ich bin hier einfach direkt rein bringt ja nichts mehr vielleicht kannst du noch bonuslevel erreichen ganz knapp die bonus level erreicht aber auch nicht mehr notwendig ich weiß habe ich gehört kein einziges mehr aber auch egal und damit werden wir sagen das war's für heute mit der super mario welt zwischen und bis zum nächsten mal tschüss